Kommt die Immobilienkrise aus den USA jetzt zu uns? Und vor allem, was bedeutet das für unsere Banken und welche sind besonders betroffen? Alle Infos dazu gibt es jetzt. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und heute müssen wir mal über die Immobilienkrise in den USA sprechen und die ersten Auswirkungen, die wir gerade im deutschen Markt sehen, beziehungsweise auch schon bei den ersten deutschen Banken. Vorab für die, die jetzt nicht so in der Thematik drin sind, vor gut zehn Tagen in etwa, da kam die New York Community Bancorp um die Ecke. Es ist eine Bank, die wahrscheinlich hier in Deutschland und Europa die meisten nicht kennen. Es ist ein über 100 Jahre altes Institut, hatte mal eine Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden Dollar. Und diese Bank ist stark im amerikanischen Commercial Real Estate Sektor investiert. Das heißt, im amerikanischen Gewerbeimmobilienmarkt. Problem in den USA? Viele Büroimmobilien stehen leer, weil der Trend zum Homeoffice hin dazu gesorgt hat, dafür gesorgt hat, dass eben immer mehr Unternehmen entsprechende Etagen, die sie vorher gemietet hatten, für ihre Mitarbeiter zurückgeben. Und dass dadurch natürlich die Werte, die früher mal angesetzt waren für diese Gewerbeimmobilien, vor allem auch in der Niedrigzinsphase, nicht mehr zu halten sind. Und das führt natürlich zu entsprechenden Abschreibungsbedarf. Und Abschreibungsbedarf führt natürlich dazu, dass Bankmanager vorher entsprechende Rückstellungen bilden müssen, damit sie diese Abschreibungen also auch abfedern können. Dazu ein Artikel von Bloomberg. Und Bloomberg schreibt hier, NYZB, das ist die New York Community Bancorp, fails to reassure investors after shares hit 27-year low. Das heißt, die Aktien dieses Unternehmens sind auf ein 27-Jahres-Tief gefallen, weil Anleger ganz verschreckt aus der Aktie herausgegangen sind und weil man sich Sorgen gemacht hat, dass die Regionalbankenkrise, die im Jahr 2023 im März aufgepoppt ist, dass die wieder zurückkommen könnte und dass mehrere Regionalbanken in den USA betroffen sein könnten und entsprechend jetzt also wieder neue Probleme auf den Bankensektor zukommen. Dazu noch eine Einblendung, auch von Bloomberg, zeigt mal die Entwicklung der Aktien in der New York Community Bancorp. Und ihr seht gut, brutaler Einbruch. Mittlerweile hat sich die Aktie ein bisschen wiederholt. Da sind jetzt Zocker am Werk, die das Papier mal um 15 Prozent wieder nach oben treiben oder dann wieder nach unten. Aber die Grafik zeigt schon deutlich, hier ist also ein extrem schneller, abrupter, panikartiger Abverkauf vonstattengegangen. Und nachdem die New York Community Bancorp also so stark eingebrochen ist, weil man sich Sorgen gemacht hat über das Immobilienportfolio der Bank und weil die Dividende ausgesetzt wurden und weil viel Geld für Rückstellungen zurückgestellt werden musste, hat man auch auf andere Banken geschaut. Es gab dann eine japanische Bank, die Ayosora Bank, ich spreche es mal Englisch aus, die hat ebenfalls gemeldet, dass sie im amerikanischen Immobilien- oder Gewerbeimmobilienbereich Probleme sieht und deswegen Rückstellungen bilden muss. Die Deutsche Bank hat dann auch gesagt, okay, man hat die Rückstellungen für mögliche Probleme in den USA deutlich erhöht und das hat dann eben dazu geführt, dass Investoren gesagt haben, okay, wir hatten jetzt eine amerikanische Bank, eine kleinere, die hier Probleme sieht. Wir hatten eine japanische Bank, wir hatten in Deutschland eine große Bank. Lasst uns mal die anderen Banken anschauen, ob da auch irgendwo Probleme in den Kreditbrüchern sein könnten, vorwiegend auch in Deutschland. Und bevor wir jetzt mal zu den betroffenen deutschen Banken kommen, Einblendung und Link unten drunter für meinen Report. Der wird morgen früh an euch alle verschickt oder an alle, die sich eingetragen haben. Ich hoffe mal, das sind alle. Und in Anbetracht der Immobilienkrise in den USA, aber auch in Anbetracht von verschiedensten Zuschriften, die ich immer wieder bekomme, was man denn als Anleger machen soll, wenn man Angst hat, dass es am Markt turbulent werden könnte oder dass es am Markt zu einer Krise kommt, werde ich im Report mal ein paar Werte nennen, die eine Art Stabilitätsanker und eine Art Stoßdämpfe in einem Portfolio bilden, die vielleicht in normalen Zeiten jetzt nicht unbedingt die beste Rendite bringen, die aber als Beimischung im Falle einer Korrektur eine deutliche Abfederung der Verluste bringen und ein Portfolio dadurch also stabiler halten können und auch die Schwankungen im Portfolio reduzieren werden. Und es wird nicht nur über Gold gehen, es wird auch andere Anlagen geben. Deswegen unbedingt eintragen, der Port kommt morgen früh um 7 Uhr direkt ins Postfach und wer den Report später erst holt, kein Problem, im Archiv sind alle Ausgaben gespeichert. Jetzt schauen wir aber mal rüber nach Deutschland, was hier aktuell Phase ist. Noch eine Einblendung vom Handelsblatt. Handelsblatt tituliert, Leerverkäufer wetten massiv gegen die Pfandbriefbank, Unterüberschrift. Die Krise am US-Büroimmobilienmarkt lockt Short-Seller an. Gegen keine andere große Aktiengesellschaft laufen so viele Wetten wie gegen den Immobilienfinanzierer aus München. Zeigt sich also, erste deutsche Banken sind betroffen, vor allem auch die Anleihen der Deutschen Pfandbriefbank waren betroffen, weil sich Investoren Sorgen gemacht haben darüber, dass es hier zu Problemen im amerikanischen Immobiliensektor kommen wird oder Gewerbeimmobiliensektor kommen wird, weil die Pfandbriefbank dort ein relativ großes Engagement besitzt. Jetzt muss man allerdings aufpassen, man darf jetzt nicht alle Banken über einen Kamm scheren, wie ich auch schon gelesen habe und sagen, okay, die Pfandbriefbank hat Probleme, da könnten alle deutschen Banken betroffen sein. Es kommt immer darauf an, wie viel Geld hat eine Bank in den amerikanischen Gewerbeimmobiliensektor investiert und wie ist das Verhältnis zum Eigenkapital, kann die Bank das also entsprechend abfedern oder nicht. Und dazu eine spannende Einblendung von Bloomberg. Und es sieht jetzt erstmal ein bisschen kurios aus, die weißen Balken, die nach oben gehen, dazu passt die linke Spalte in Billionen, Billionen sei schon, in Milliarden Euro natürlich und die zeigt, wie viel Geld eine Bank in Milliarden Euro in den amerikanischen, oben steht US CRE Exposure, das ist das amerikanische oder das Engagement im amerikanischen Gewerbeimmobilienmarkt, wie viel Milliarden Euro dort also investiert sind. Wenn wir links gucken, die Areal Bank, acht Milliarden Euro. Wenn wir mal dann in die Mitte so gucken, Helaba, aktuell so zehn Milliarden Euro. Dann die Deutsche Bank, Stand viertes Quartal, 16 Milliarden Euro. Santander, etwa 18 Milliarden Euro. Das ist also der absolute Eurobetrag, der dort im amerikanischen Gewerbeimmobiliensektor investiert ist. Und theoretisch gesehen, es kommt natürlich auch darauf an, welche Immobilien da drin sind. Man darf also auch nicht den Fehler machen und sagen, alle amerikanischen Gewerbeimmobilien sind Schrott, sondern es geht primär um Büroimmobilien, Bürogebäude. Es geht jetzt nicht unbedingt um Logistikimmobilien oder Cloudimmobilien oder Serverfarmen oder sonst was, sondern die Probleme liegen schon bei Büroimmobilien und teilweise auch im Einzelhandel. Also da müsste man dann nochmal feinteiliger reinschauen. Aber ihr seht schon, die größten absoluten Investitionen in den USA sind bei der Deutschen Bank und Santander. Interessant ist allerdings, wenn man mal die Investitionsvolumina ins Verhältnis zum Eigenkapital der Bank setzt. Und dann zeigt sich anhand der blauen Linie, und da passt die rechte Spalte dazu, wo Prozentpunkte angetragen sind, dass die Arealbank mit ihrem etwa 8 Milliarden Euro Investment in den amerikanischen Gewerbeimmobiliensektor um das oder so etwa das 2,5-fache des Eigenkapitals dort investiert hat. Also eine extrem hohe Summe und ein deutlicher Hebel. Wenn wir mal in die Mitte reinschauen, beispielsweise bei der Deutschen Bank, dann haben wir einen Wert von vielleicht 20 Prozent, also deutlich weniger. Und das erklärt auch, warum die Deutsche Bank trotz Bildung von Rückstellungen eben nicht abgeschmiert ist wie die Kleinbanken, wie die New York Community Bank Hub, weil eine Studie von Morgan Stanley ergeben hat, dass die Großbanken zwar im amerikanischen Gewerbeimmobilienmarkt investiert sind, aber, und das sage ich ja auch immer für alle Anleger, breit diversifiziert. Das heißt, die haben zwar einen Teil in amerikanischen Gewerbeimmobilien, aber eben nicht so einen großen Teil, dass es für die Banken jetzt wirklich bedroht wird. Im Gegensatz zu kleineren Banken, schaut nochmal nach links, die Arealbank oder danach gleich die Deutsche Pfandbriefbank, gut 150 Prozent des Eigenkapitals oder auch die Helaba mit um die 100 Prozent, die sind natürlich ganz anders investiert in den USA und wenn dort abgeschrieben werden muss, ein Teil beispielsweise vom amerikanischen Gewerbeimmobilienmarkt oder von den Investitionen in den amerikanischen Gewerbeimmobilienmarkt, belastet das deutlich das Eigenkapital und kann dann dazu führen, dass entweder eine Eigenkapitalerhöhung notwendig wird, dass die Bank vielleicht insolvent wird oder dass die Bank übernommen wird. Also das mal so am Rande, dass man hier ganz genau unterscheidet. Ich für meinen Teil muss sagen, Morgan Stanley hat das ja nochmal bestätigt, wie ich hatte vorhin erwähnt, die Großbanken sind weniger betroffen als die Kleinbanken, und die kleinen Banken muss man auch reinschauen, wie stark die investiert sind. Da wird es sicherlich welche geben, die werden das möglicherweise nicht überleben. Da wird es welche geben, die werden übernommen werden. Also JP Morgan dürfte sich freuen, die hatten in der Regionalbankkrise im letzten Jahr einige Filetstücke sich herausgeschnitten und in die eigene Bilanz reingenommen. Also da werden Großbanken dann aktiv werden und was man auch wirklich sagen muss, ich halte es etwas für übertrieben, da jetzt eine große Krise herauszukonstruieren, weil in den USA Jerome Powell oder auch Janet Yellen beispielsweise, die haben das auf dem Schirm, die sprechen darüber ganz offen. Und dass sich jetzt so eine große, unerwartete Überraschung aus etwas bildet, was alle auf dem Schirm haben, kann ich eigentlich nicht glauben und gehe sogar davon aus, dass wenn hier etwas zerbrechen sollte, auch gerade aufgrund der Zinserhöhungen der FED, dann dürfte die FED relativ schnell zu Zinssenkungen gehen und sogar einem Quantitative Easing oder auch einem entsprechenden Hilfsprogramm für kleinere Regionalbanken. Und bei uns in Deutschland, aber auch Europa gesehen als Pendant, zwingt das ebenfalls die EZB dazu, dass sie weniger restriktiv ist. Also die EZB, haben viele nicht auf dem Schirm, ist viel strenger bei der Liquiditätsverknappung als die amerikanische FED. Dazu auch eine Einblendung, stammt von Steno Research. Was sehr wichtig ist für euch, ist eigentlich nur oben die schwarze Linie. Das ist so die Liquiditätsentwicklung der amerikanischen Notenbank der FED. Und so eine Notenbank hat ja verschiedene Stellschrauben. Das heißt, sie kann Geld herausnehmen, indem sie Anleihen in den Markt verkauft und nimmt dadurch Geld aus dem Markt heraus. Sie hat aber verschiedene andere Fazilitäten und Programme, wo sie auch wieder Geld reingibt. Und wenn man mal die schwarze Linie oben ansieht, dann zeigt sich deutlich, dass die amerikanische Notenbank nicht so restriktiv ist, wie von vielen gedacht, sondern dass tendenziell auch wieder Liquidität in den Markt reingeht. Während die blaue Linie unten, das spiegelt die EZB wieder. Die EZB ist viel, viel strenger als die FED. Das in Anbetracht einer wirklich deutlich schwächeren Wirtschaft, die wir aktuell in Europa haben. Das heißt, die EZB hätte großes Potenzial, hier lockerer zu werden und den Bankensektor zu unterstützen. Und das wäre natürlich eine Methode, wenn es jetzt hier bei unseren Banken in Deutschland oder auch in anderen Ländern etwas kritischer wird, dass die EZB sich dann schneller umdreht, als sie es aktuell öffentlich signalisiert und mehr Geld in den Markt reingibt, weil man eben auch eine Bankenkrise verhindern will. Also kurzum, die Probleme, die wir hier sehen, beschränken sich in den USA eher auf die kleinen Banken, die Regionalbanken, auch bei uns auf kleinere Banken noch, die dann wiederum wahrscheinlich von der EZB über entsprechende Programme gerettet werden. Aber der Gesamtbankensektor ist breit aufgestellt und eben gar nicht vom Eigenkapital her gesehen so stark in den USA investiert wie ein paar einzelne mittlere und kleinere Institute. Also von daher sehe ich momentan keine Probleme und wenn es zu Marktturbulanzen kommt, dann sollte man etwas Puffer, Puffer sei schon, man sollte Puffer bereit haben im Depot, dass es nicht so wackelt. Man sollte aber auch etwas Pulver bereit haben, dass man entspannt entsprechende gute Werte nachkaufen kann. Also wenn es dazu kommen sollte, dass es jetzt einen größeren Kanal gibt, wieder erwarten, dann will ich natürlich jedem Kanal darüber berichten, wie man damit umgeht und welche Werte ich dann aktiv aufstocke. Deswegen gerne ein Abo da lassen. Schön. Jetzt war es das aber für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch da lassen, Abo da lassen und wir sehen uns wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.